So, Zeit für eure Apparitionen mit der versteckten Kamera einzufangen. Haha, leicht gebrauchte Ampel zu verschenken. Eigentlich würde ich schreiben, soll nicht gebrauchte Ampel, aber das mache ich dann beim nächsten Mal. Denn, wie ihr es sehen werdet oder im Titel gelesen habt, ja, ich muss noch mal eins bauen. Hehehehe. So, einfach auf die Straße mit. Und dann starten wir die Aufnahme meiner kleinen, versteckten Spezialkamera. So. Allerdings muss ich noch ein bisschen anders erstellen, damit man die Leute dann auch sehen kann. Haha. Ja. Definitiv ein guter Gag. Das ist politisch, okay? Vorher. Ich glaube, wir sind das. So reicht so gut, das waren schon mal ein paar nette Reaktionen. Ja, los, jetzt kommt der Renner, denn jetzt kommen diese beiden Personen auf Fahrrädern, ein Mann und eine Frau. Sie fahren vorbei und sie sehen meinen kleinen Scherz. Tja, ein wenig vorspielen und dann kommen sie zurück. Ja, und das war's dann. Diebesbande, naja, nicht mal der Stand zu verschenken drauf, aber kommt schon Leute. Tja.